Porsche übernimmt Verantwortung in der Gesellschaft und vor allem im Jugendbereich. Wir wollen mithelfen, dass sich Jugendliche in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und zwar auf und neben dem Platz. Denn wer eine erfolgreiche Ausbildung genießt, hat später im Leben größere Chancen auf dieses Leben erfolgreich zu meistern. Der Turbo Award ist eine Anerkennung und zugleich ein Ansporn. Eine Anerkennung für geleistete schulische Ergebnisse, sportliche Ergebnisse und soziales Engagement. Aber auch ein Ansporn, diese Werte und diese Leistungen täglich immer wieder neu zu leben. Und das tun wir hier wie in einer Familie alle zusammen zu bringen und diesen Moment zusammen zu feiern. Herzlichen Dank flap! Wirklich abg sé! MOM Bis zum nächsten Mal! x